Warte, ich muss immer zweimal speichern. Mensch. Gefängnis des Zauberers ist da unten. Bisschen mit Eil durch die Kante ran, man weiß ja nie, was hier unten so wächst. Oh, sind hier kaputt. Billigar, sagt mir irgendwas der Name. Hast du was zu verkaufen? Wow! Sprich noch nicht, ich will auch noch reingucken. Ah, nur ein paar Rollen, er hat halt ein bisschen viel Kohle, aber sonst wirklich was Tolles hat er jetzt nicht. Magier, Starfall. Ich habe das Eifer gefunden. Kannst du die Hände nicht überwaschen. Ja, ich gebe das endlich mal. Ich glaube nicht, dass der verschwindet, also keine Sorge. Seid gelobt, ihr Gottesgleichen. Das Dunkel muss dem Lichte weichen, in dieser Höhle so klein, die bestimmt war, mein Graf zu sein. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Oh, schönes Mädchen, mein Edelstein. Eine billige Rette sollt ihr sein. Bleibt hier, lasst mich nicht allein. Ich verspreche, ihr werdet es niemals bereuen. Nein? Danke. Ja, wer genau seid ihr? Oh, Unschuldgnaive. Ich bin's, Bellegar, der größte Magier, den es gibt weit und nah. Alle Zaubersprüche in der Welt. Ich beherrsche sie, wie es mir gefällt. Ich reibe und zaubere, ohne zu fragen. Die Welt ist mein Spielplatz und ich habe das Sagen. Ich glaube auch nicht, dass wir gegen den kämpfen müssen. Warum soll diese Höhle, das frage ich mich, denn euer Grab sein, wie wunderlich. Oh nein! Jetzt fängt meine Heldin auch schon an zu reimen, Alter! Wenn dann richtig. Die Launen der Jugend, oh ja, sie brachten mich her. Den Mond wollte ich lenken, doch mir selbst aufbunden habe ich den Meer. Denn damals, so war es in der Zeit, wollte ich nur Maxos Aufmerksamkeit. Ich rief die Teufel ein Quartett aus Dämonen, doch meistern konnte ich sie nicht. Ihre bedrohlichen Aktion. Dem Tod war ich nahe, hätte es fast nicht geschafft. Maxos rief mich mit allerletzter Kraft. Er rettete mein Leben, seine Hilfe war magisch und dennoch war das Ende leider sehr tragisch. Er sperrte mich hier ein, um ein schlimmes Betragen und schwor, dass ich keinen anderen Retter werde, als einen Meister voller Mut und List, der meiner Vergehen gewachsen ist. Die Dämonen haben meinen Kerker bewacht, doch zu guter Letzt ist ein Held erwacht. Als Danke, alter Kupan, dass sie mich gefunden. Nun entschuldigt mich, ich muss eine Welt erkunden. Wer ist dieser Maxos, den ihr erwähntet? Ihr kennt nicht den König der Zauberer und Hexen, den treuen Gefährten der heurigen Echsen? Ein Jetpack, er dem Drachenkommandanten gab. Ja, ich sage es so frei, wie ich mag. Ein Imperium, dieser zudem bekam ein großer Vorsprung. Haltet euch ran. Also eilt zu einem Laden und betrachtet genau den Drachenkommandanten, welch eine Schau. Wie lange seid ihr schon hier unten? Wer zahlt die Jahrhunderte, die ich gefangen bin, dieses Gefängnis ist gar nicht so schlimm. In meinen Träumen habe ich Universen bereits, sah Königreiche und Galaxien in meinem Geist. Zudem habe ich die Belagaretten der Sonne, die schönsten Damen, die ein Mann kann, bekommen. Ihr habt die Dämonen besiegt, um mich zu erlösen. Doch war ich noch nie ein unfreies Wesen. Ich habe jetzt mal gefragt, ob ich so eine Tussi da werden soll. Jawohl, eine Belagarette, eine Frau, die begünstigt von Glück ihren Kopf über einen kurzen Augenblick und mein liebenden Brust drauf schmiegen, ob mir bewundernd zu Füßen liegen. Ich kann dir gleich mal mit Schwung in deine dummen Eier treten. Das ist aber auch alles. Nicht so aggressiv, junge Frau. Euch gehöre ich für immer ergeben. Welche Seite soll euch stets umweben? Euch lege ich die Welt der Wunder zu Füßen. Belagars Leidenschaft soll euch ewig ihr genießen. Auf keinen Fall, ich habe Besseres zu tun. Töre ich, der Frau, so dumm und so klein. Ihr wollt keine Belagarette sein? Nur denn, verlasst meinen noblen Saal. Seht zu, wie ihr klarkommt. Haut ab, ihr seid mir egal. Ja, mir auch. Keine Ahnung. Ich habe dir ein bisschen was geschickt. Was sind Spacken, ey? Was denkt ihr, wer ich bin, ey? Spacken. Wir wollen es doch mit dem verhandeln, also mach das noch schnell. Er haut nämlich gerade ab. Nee, doch nicht. Ich identifizize, identifizize, identifizize in der Zeit mal. Was du hast geschickt. Ein paar Sachen habe ich geschickt. Jawohl doch sehr. Wenn du jetzt anfängst zu reimen, kastriere ich dich. Als FD greife ich nicht reimen kann. Dann war dein Warnsein die längste Zeit, dann bist du fürs Frau sein bereit. Das ist so ein Thema, wir reimen nicht. Das war nicht gereimt, das war schlecht. Der war schlecht? Mhm. Der war schlecht. So, was hast du denn da Feines für mich? Boah, was hast du mir alles geschickt, Alter? Was ist das hier? Fertigkeiten, ach, das ist für'n Schuft. Oh, du! Ah! Aaaaaaah! Der Schwung ist leider auch nicht so das ganz wahre Langer Rattenschwanz Kann bestimmt auch was machen, edle Fehler Rote Stofffarbe Dürfte ich auch noch mal kurz bei ihm ran zum Verkaufen, damit wir hier weiterkommen? Ähm Ja, also Sogleich In 10 Stunden Sogleich, so darfst du doch hier ran Und die Schuhe, die reparieren, die du mir gegeben hast, die schon halb kaputt waren Aaaaaah, Peliker Waaah! Ey, ich muss hier raus, sonst fange ich gleich das Kotzen an Dann kotze ich die hier im Dreier auf den Schoß Was ist das? Ah, cool Hm? Ich hab ne Erzader gefunden Ja, bye Ich hoffe, ich seh dich nie mehr wieder Schön machst du das, wir sehen uns dann draußen, ne? Ja, ich brauch hier noch ein bisschen Herz ab Pass auf, dass du gleich nicht wieder überladen wirst, die Dinge sind schwer Ne, wiegen nur 10 Kilo NUR Säht er Ich hab zu viel zum Tragen Okay So, ich würd sagen, wir treffen uns dann Straße nach Silbertal, weil ich denke In Gysel sind wir endgültig fertig Und hier ist ja auch der letzte Platz Wo wir aufgehört haben So Also ich bin auf jeden Fall überladen Ja War mir ja klar Wo ich das bloß finde und dann schmeiß ich es der Mardora auf die Schulter Dann darf sie sich damit rum Hauen So ein Trottel der Typ, wirklich Was heißt das hier? Trottel, alter Alter Schicksal, ey Was? Comincerdo Hilf ich dir, ey Ja, was zu essen nehme ich Du bist doch schon am Essen Mh Also ich bestell dir ein schönes, ähm Benio Beef mit äh Rosmarin Kartoffeln Du weißt schon, dass man mit vollem Mund nicht spricht, ja Ich spreche ja nicht Ich stammle Hm, hier geht es nicht sehr weiter Die Brücke scheint woanders hinzuführen Du bist blau Ladebildschirm Ladebildschirm Verlassen wir Kysel Und landen in Lukula Mein Gott, wir haben noch Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Folgen es Schaffte dich aus Kysel raus zu kommen Hallo und herzlich willkommen zum Ladebildschirm Simulator 2015 Den folgenden Ladebildschirm haben wir aus dem Spiel Turinity Original Sin zur Verfügung gestellt bekommen Eines der wunderschönsten RPGs Die ist 2014 auf den Markt gekommen Meine Frage Würdest du gerade eine Werbung machen oder Würdest du gerade eine Werbung für eine Sex-Hotline machen? Eita, was? Vielleicht bei... Jetzt spreche das Ganze nochmal Jetzt spreche das Ganze nochmal mit derselben Stimme und sag Mach mich nass! Ähm... Nein! Ich möchte, dass wir nicht FSK 18 sitzen Bitte Ein bisschen... Okay, dann sag einfach Ruf mich an 0155 55 55 55 Jetzt kennt ihr seine Telefonnummer Ruf bei jemandem Er freut sich auf euch Also das ist... Ich kann das nicht bringen Wir kriegen einen Strike Ich sag dir das Oh nein FSK 18 Wegpunkt entdeckt Puh Ja! Hier sind wir dann Willkommen im Wald Ich bin für rechts Was? Du bist rechts, Alter! Nein! Machst du's willen Ähm... Guck mal, da ist ein Flüsterholz Du musst hier schon ein bisschen mit ein durch die Kante laufen Und da ist Blut Da ist ein Mensch Wartet! Stopp! Kann es sein? Ein Quelleniger! Welch Glück! Welch Schicksal! Ich bin gerettet! Äh... Sicher? Sie sind auf der Suche nach... Sie sind auf der Suche nach mir Sie wissen, dass ich geflohen bin Und sie werden nicht aufgehen Bis sie mich in zwei geschlitzt Und meine Leichte mit Dunkelheit verdorben haben Wer seid ihr? Ich bin damit einst ein einfacher Miner Aber einst ein ergebender makelloser Jetzt ein Flüchtling Sowohl Religion als auch Heimat Cool Du hast gewonnen Wow, 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 wow Lies mal bitte in dem Tempo Dass die Leute das doch verstehen Aber Asyl gibt's nicht Alter, Finner Du rastest das so runter Als wir uns um dein Leben Erzählt mir über die Makellosen Ich habe mich einst den treuesten unter ihnen Ah, nein, jetzt nochmal ernsthaft Ich habe mich einst zu den treuesten unter ihnen gezählt Ich war dem Makellosen Weg So ergeben Dass ich schnell aufgestiegen bin Und in alle esoterischen Rituale der Makellosen Mit Ohr eingehalten wurde Hm, nicht so schwierig Aber gerade rechtzeitig habe ich Ich habe zu viel entdeckt Als ich Zugang zu heiligen Steinen bekam Dem am besten geschützten Dorf der Makellosen Musste ich mit Schrecken beobachten Unsere erleuchteten Anführer Ganz unverschämt Die dunkelste Quellen Magie verwendeten Nett Ich habe diese korrupte Ich habe dieses korrupte Handeln Sofort unserer obersten Geistlichen Der Lady Athen Beira gemeldet Ich werde Ihre Lache Nie vergessen Ich sollte mal sagen Nicht Lache, sondern Lache Bist du dumm? Freutlos und unmenschlich Sie war eine von ihnen Eine Quellen Magierin War sie hübsch? Das ist Madora Was? Was Madora? Eine Frau mehr oder weniger schadet auch nicht Ja gut, weniger schon Aber eine Frau mehr schadet auch nicht HETA Mach mal Hinde da hinten jetzt Ich habe diesen furchtbaren Ort Zu schnell verlassen Wie es mir meine Beine ermöglichten Und nun müsst ihr tun Was ich nicht kann Ihr müsst die Dunkelheit besiegen Die den Weg der Makellosen vertritt Die Quelle Die ihn verdirbt Als Mach mal Hinde ist Gleicher gesagt als getan Jetzt fahr ich mal wegen dem Dorf Um Zugang zu den Schlangenis zu bekommen Müsst ihr Einer von uns werden Ich meine Einer von ihnen Sprecht mit Deug Dem Makellosen ab Des Dorfes Im Norden Silbertal Heißt das Helbud sehr freut sein Einen weiteren Konvertit zu gewinnen Nur die Initiierten erhalten Zugang zu Heiligen Steinen Hm, wisst ihr wo ich die Weiße Hexe finden kann? Die Hexe? Nun, ihre Hütte ist nur ein kurzer Fußweg von hier entfernt Seht Okay Ich habe mir immer sagen lassen Dass die merkwürdige und schweigsame Hüterin von Luca selbst eine Quellenmagierin war Obwohl ich jetzt sehe Dass wenn es wahr gewesen wäre Dann würden die Makellosen Mit und nicht gegen sie arbeiten Zurzeit hat die Mittleren persönlich befohlen Dass der Hexe um jeden Preis eingiftet wird Darum weiß ich nicht Warum weiß ich nicht Gott, ich habe heute echt Leseprobleme Aber jeder Feind dieser Bande von Dämonen ist Freund eines jeden anderen Ich bin dann mal weg Queniger Im Namen der unschuldigen Makellosen Diejenigen, die nichts über die Giftschlange an der Spitze des Kultes wussten Bete ich dafür Dass sie die Wahrheit ans Licht bringen So viele von uns suchten nur nach der Seele Es war uns nicht bewusst Was von uns als Gegenleistung für Opfer verlangt würden Ende Du hast nicht nur heute ein Leseproblem Komm mal her, hier ist ein Altvieh und es verletzt Er blutet Er blutet Soll ich ihn umbringen? Nein! Der gehört denen da unten Weiß zwar nicht was es ist, aber Arme Dinge Dann gehen wir auch mal hier rum Ne, ich war erst mal hier lang Er hat doch gesagt, das Haus der Hexe ist hier Wir müssen zur Hexe So könnte ja noch Kraut liegen Kräuter einfach an mich schicken Pilze, Reuter Pilze nehme ich auch immer gerne Speichern bedeutet nichts Gutes Warte mal, renne ich hier einfach in einen Kampf ohne mich? Ich renne doch bloß mal an eine Kobaltstube Da ist jemand Schon wieder so ein Typ im Cape Ein makelloser Beschwörer Ah, der Quellenjäger Es ist mir die größte Freude euch mitzuteilen Dass wir Makellosen die gefürchtete Weiße Hexe Gefangen genommen Und ihr Haus der Schrecken Mit einer Behäre versiegelt haben Dann erzähl mal weiter Ja, die größte bekannte Bedrohung von Rivellon Wurde aufgehoben Vor allem dank eurem Verdienst Eure Aktivitäten In Saisel Trieben die Schlange in ihre Höhle Wo wir Makellosen unsere Falle zuschnappen ließen Und wer seid ihr? Ich bin ein stolzer Makelloser Und habe geschworen Meine Beschwörungskenntnisse in den Dienstes Einen Weges der Göttin Und des Gemeinwohls zu stellen Hört sich erstmal nicht so schlecht an, oder? Ich muss die Weiße Hexe über ihre Verwicklung in den Mord an Ratsmitglied Jake befragen Ah, das hohe Ratsmitglied von Saisel Wir betrauerten seinen tragischen Tod Ja, jeder magtlose Erd Das Gedenken an diesen edlen Mann Dennoch queniger Ich habe Bei meinem Leben geschoren, dieses Sperrgebiet zu bewachen Ich dien einer höheren Autorität Als ihr und werde Nicht meine Pflicht verletzen Ähm, ja Einschüchtern, schmeicheln oder argumentieren Wovon hast du mehr? Keine Ahnung Ich kenne meine Stati nicht auswendig Schmeichel ihm doch mal ein bisschen Ich werde ihm mal einschüchtern Die brutale Variante Ich würde ja normal sagen, lass uns mal Good Cop Bad Cup spielen Aber ich bin jetzt eher für, ich spiele den Bad Cup Äh, Cop Es gibt keine höhere Autorität als die meiner Stiefelsohle Doch Funktioniert sogar Schere, Stein, Papier Ne, Stein, Papier, Schere Aber du hast 0 auf 1 schüchtern, wie viel hat er? Ich habe 6 auf 1 schüchtern und er hat 3 auf 1 schüchtern Oh, dann gewinnt zweimal Also Papier Dann geht er jetzt davon aus, dass ich die Schere nehme Dann wird er einen Stein nehmen, dann nehme ich Papier Ja Sehr schön Ja, und wir stehen hier und können nichts machen Während er eine Runde Schere, Stein, Papier Und Bume da aber möglich spielt Ja, der hat jetzt Stein genommen, ich hatte Papier Er würde jetzt davon ausgehen, dass ich nochmal Papier nehme Das heißt, er wird eine Schere nehmen, das heißt ich nehme einen Stein Und hab damit gewonnen Ja, schlimm Ihr könntet niemals gegen ihn gewinnen Wow Was denn? 5500 Charisma-XP, alter Fenner Ich habe gehört, dass eure Art besonders, ähm, überzeugend sein kann Ganz nur Zugwellenjäger Aber erzählt bitte kein Maklon, dass ich euch passieren lassen Euch habe passieren lassen Oder es wird nicht mein Leben kosten Mir doch egal Nö, nö, wir sagen nix Der hat uns durchgelassen Hofverrat Gott! Sein Name war, äh... Hildegard Hier verstecken sich irgendwo Feinde Alter, was haben die denn hier gemacht? Meine Stimme versagt Wie sollen wir denn da reinkommen? Also du kannst auf jeden Fall mit magischen Geschossen durchschießen Ja, aber du kannst die Barriere nicht angreifen Hier ist ein Wasserfall Ja, herzlichen Glückwunsch, hier sind noch zwei Blaupilze Äh, toll! Wie kommen wir denn jetzt zu der alten Rinn? Lass doch die Blaupilze mich aufheben Das ich doch auch Was? Äh, da ist nicht nur Blaupilze Sondern da ist auch ein Riesenpilz daneben, den ihr ansprechen kann Was? Pilz Ikari! Redet ihr mit uns? Entsprechender Pilz? Jetzt habe ich wirklich alles gesehen Oh, das bezeichnen wir aber stark Habt ihr jemals den Silberlöffel des Mottenkönigs gesehen? Er ist nahezu mikroskopisch klein Nein, nein, in diesem Leben habt ihr noch nicht alle Überraschungen gelebt Noch lange nicht Was wisst ihr über diese Barriere? Wir denken Wir könnten das eine oder andere dazu sagen Aber wie furchtbar langweilig wäre das Machen wir die Sache doch etwas interessanter Wir haben drei neue Rätsel für euch gerade Just selbst ausgedacht Oha! Wenn ihr jedes einzelne Rätsel richtig löst Quennjäger Dann könnten wir uns unter Umständen dazu überreden lassen Euch zu sagen, was wir über diese Barriere wissen An der ihr so interessiert seid Wann der wir die Barriere sehen? Wir sollten uns auf die Rätsel hervorher und dann unbedingt einen Menschen sehrcking Und dann können wir es sagen